Holz mit natürlicher Oberfläche ist genial. Deshalb ist seine Pflege so simpel, denn es hat von Natur aus viele einzigartige Eigenschaften. Es ist robust und langlebig. Es wirkt feuchtigkeitsregulierend und sogar antibakteriell. Selbst nach langen Jahren des Gebrauchs sehen unsere Naturholzmöbel deshalb fast so aus wie am ersten Tag. Und was Sie dafür tun müssen, ist simpel. Alles, was man zur Pflege eines Team 7 Möbels braucht, findet sich in unserem Pflegeset. Die enthaltene Anleitung erklärt genau, wie es geht. In den meisten Fällen genügen schon unser Naturöl und ein Baumwolltuch. Bitte verwenden Sie keine Mikrofasertücher. Zur täglichen Reinigung wischen Sie die Oberflächen einfach mit dem trockenen oder leicht feuchten Baumwolltuch ab. Bei stärkerer Verschmutzung, zum Beispiel bei eingetrockneten Rotweinrändern oder Gummiabrieben von Schuhsohlen an Stuhlbeinen, verwenden Sie das Reinigungspad in Kombination mit unserem Öl. Anschließend mit dem trockenen Fließtuch nachwischen. Je nach Möbel und Beanspruchung, circa einmal jährlich aufgetragen, ist das Öl ein Elixier für ewige Jugend. Nur für einfach mit dem groben und den feineren Schleifpapieren, wie in der Pflegeanleitung beschrieben, an- und nachschleifen. Am Schluss wieder ölen, nach zehn Minuten trocken wischen. Fertig! Dellen? Ebenfalls kein Grund zur Panik. Sie können komplett ausgebessert werden. Einfach die Druckstelle mit groben und feinen Schleifpapieren an- und nachschleifen, dann wässern und mithilfe eines feuchten Tuchs und eines Bügeleisens herausdämpfen. Anschließend noch einmal nachschleifen, ölen, polieren und die Delle gehört der Vergangenheit an.